hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge fordney daily shop news mit dem herrn sofort neben mir und du hast falsch angesagt ich bin krank wann bist du mal gesund also ich würde sagen waschbär kommt erst mal dahin wo er auch hingehört spooki team leader das mit den dante anziehen kann dafür dass du krank bist geht es dir noch ganz gut oder was jetzt auch machen wir schon mal wieder ein bisschen kleiner soll ich dich auch wieder größer morgen gleich wieder fünf abonnenten weniger so also den dante wie findest du denn so Erzähl mir nochmal was, dass die Leute keine Zeit haben für lange Shop-Videos. So, die gucken dir jetzt 5 Minuten schon dabei zu, wie du dir in die Hose machst vor Lachen, ey. Zoom mal jetzt bei dem Dante ran. So, das ist ein mega geiler Skin. Ich finde den super cool, ich hatte den ja auch geleakt. Und das Ding ist der Oberknaller, sage ich mal. Ja, ich finde auch da rechts und links, oben bei ihm auf den Schultern, die goldenen Totenköpfe finde ich cool. Der quasi, der Torero hier, mega nice. Drehen wir den mal rum, wie sieht denn der von hinten aus? Also, ich finde das Ding super geil und ich gebe dem 10 von 10. Ich finde den sensationell, auch hinten die Totenköpfe drauf. Geilo! Gleich! Was denn, das Ding ist geil. Sie waren die ganze Zeit so klein. Ja, 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 so. Geil, 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 geil. So, was gibst du denn dem, dem Dante? Dir gefällt er ja nicht so. 4 von 10. 4 von 10? What? Okay. Das ist wie ein Pixelfehler. Okay, die rosa. Ich würde sagen, der wiebelst so eine... Hm. Das sieht schlecht aus, auf jeden Fall steht so 3 von 10. Was gibt denn sie? Sind sie so klein? Ich mach sie mal ein bisschen besser. Jetzt kann man sie wieder erkennen. Was gibst du? Ich brauchst aber nur den Platz hier. Okay. Was gibst du hier? Hm? Was, Herr Geist? Mach mich jetzt wieder groß. Ich hab keinen Bock. Ja. Ich bin genervt. Okay. Okay. Wie gibst du denn? Setz mich in die Ecke, mach mich auf die richtige Größe, dann kriegst du meine Benotung. Du kriegst nur 6. Und setz mich erst richtig in die Ecke. Setz mich in die Ecke? In die untere rechte Ecke. Also 10 Abonnenten weniger im Morgen wieder. Freuen sich alle, was du nimmst, ey. Ja, das ist das gerade nicht. So. Also, oh Gott. Guck mal, es geht doch um den Shop. Es geht doch. Ey, du hast damit angefangen. Womit habe ich angefangen? Aber du wer treibst dann immer gleich. Herr Gleich hat damals immer so, also zum ersten Mal, wo wir die Space Reap hier benutzt haben, ist ja gleich hingekommen. Und hat mein Handy einfach so genommen, die App installiert und hat gesagt, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal hier, du bist ein alter Obber. Und dann hat er schon gesagt, äh, äh, bin ein alter Obber. Ich sag dir nicht, ich bin ein alter Obber. Dann war ich auch ein alter Obber, hier. Und jetzt ist das Waschbär. Mach mich jetzt auf die richtige Größe, Mann. Du bist ein alter Obber. Wie lange, wie lange soll denn das dauern? Guck mal, wir sind jetzt bei sechs Minuten und haben noch nicht mal den zweiten Skin angeguckt. Oh Gott. Komm, schau an, bitte. Gleich. Komm, ich hab mich wieder auf die normale Größe gemacht. Kopfschuss. Du bist wieder auf der normalen Größe. Oh mein Gott. Wir haben uns den zweiten Skinner nicht angeguckt. Schön, immer wieder schön. Gib mal ein Like, wenn ihr das feiert, was ich gerade mache. Wahrscheinlich lauter Dislikes. Nein. Dann gibst du auch ein Dislike, wenn ihr es mögt. Ach, es gibt auch ein Dislike, wenn ihr es mögt. Nein, wenn ihr es mögt. Hast du irgendwie... Wenn ihr es mögt. Ich glaube, das Fieber, das steigt dir ein bisschen zu Kopf, ne? Ja, irgendwie schon. Gibt auch ein Dislike, wenn ihr es mögt. Ja, so macht man das immer. Ich sage immer zu den Leuten, gebt ein Dislike, wenn ihr es mögt. Ja, geil. Ja. Ich will so viele Dislikes wie in euch. Und ein Like, wenn ihr es nicht mögt. Dann kriege ich mehr Likes als Dislikes. Jetzt kommt doch mal in die Kamera rein. Ich kann es doch nicht ändern. Er will mich nicht mehr. Okay. So, nachdem du mich hundertmal klein gemacht hast, hat er gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Deine Wertung? Wie geht es dir komplett? Nein. Deine Wertung? Nein. Nicht erst, wenn die Kamera mich wieder hat. Die kommt nicht mehr. Warte. Das ist kein Gesicht. Wie du da in der Kamera bist. Nur wenige Minuten später. Kamera macht mich nicht mehr. Und die findet dich einfach nicht. Juhu. Guck mal, wo ich sitze und sie findet mich. Ja. Du bist halt allmächtig. Ja. So, all my die sofort. Gott, Herr Gleiches, sind wir heute langsam. All my die sofort. So, jetzt gucken wir mal, wenn vielleicht noch hinten noch Beleuchtung ist oder so. Vielleicht. Oh, ja. Wow. Wow. So. Ja, also. I am back again. So, let's go. Er gleich wieder da. Er gleich. So, es gibt so viele Wertung. Ja. Dann dreh die mal wieder nach vorne. Was? Dreh die halt mal wieder nach vorne. Zoom jetzt nochmal an sie ran. Ich finde die geil. Die kriegt von mir auch 10 von 10. Ja? Ja. Ja. Leute, ich kann es leider nicht ändern. Es tut mir echt so leid. Es tut mir so leid. Er hat irgendwie, keine Ahnung, was an der Welt scheinbar hat hier. Er ist im Fieberwahn. Komm doch, jetzt mal. Wie lange willst du denn noch? Das Video dauert 20 Minuten, ey. Nur wo du mich hin und her schiebst, hoch und runter, klein und groß machst. Alter, Vater, oh Gott. Jetzt sieht es gut aus. Das sieht sogar echt gut aus. Jetzt guckst du direkt auf den Job drauf. Das bringt mich total durchscheinbar, wenn alles seitenverkehrt ist. Und ich gucke nach rechts und gucke nach links und gucke nach rechts und gucke nach links. Oh Gott. So, ich will sie nochmal. Wie ist das hier? Oh. Oh. Ich glaube, man kann auch sehen, wann die Leute aussteigen. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute nach der zweiten Minute das Video noch weiter geguckt haben. Ja. Okay. Also, ich würde sagen, die nächste geht. 10 Minuten. Der nächste Gleiter, der Spirit Gleiter. Erzähl mir noch einmal was von wegen, wenn ich die Notbenotungen einblende. Ich habe die Leute nicht so viel, die ich so weit anzugucken. Der ist nicht so weit zu lange. Ich habe die Leute nicht so weit anzugucken. Der ist nicht so weit zu lange. Also, was gibt es ihm? Erst wenn ich wieder in die richtige Richtung gucke. So, der gebe ich auch 10 von 10, weil die finde ich nämlich auch cool. Okay. Ich gebe da auch. Kannst du die mal drehen, dass man mal sehen kann, wie die auch von hinten ausfiehen. Die Euler. Ich finde die nämlich richtig nice. Is nice, sir. Farb pro. So ein bisschen bundig. Also kriege ich auch wieder so ein bisschen einen Anflug von Augenkrebs. Aber ansonsten finde ich die mal echt sehr außergewöhnend. Wie die Tare. Finde ich auch geil, weil das ist nämlich eine Picke. Ja, 8 von 8. Äh, 8 von 10. Auch dem Ding gebe ich 10 von 10. Ich finde das mit einer der außergewöhnendsten Picken, die ich bis jetzt überhaupt gesehen habe. Dann. Dann. Äh. Vergleich, guck mal zu mir. Guck mal zu mir. Äh. Hast du wieder Seiten verkehrt gemacht? Nee. Doch, ich seh's doch. Ich mach meinen Kopf nach links und er geht nach rechts. Ah. Okay, also gesehen. Das war jetzt. Das Ding kriegt von mir 5 von 10 und die kriegt 4 von 10. Elektroschaffel! 10 von 10, ja. Guck mal wie cool. Ich schoob auf der anderen Seite rein. Oh, über mir. Kurier gleich. Hey, gleich. Elektroschaffel ist von mir 8 von 10. Hey, gleich, komm mal rein. Ja, ich seh's doch. 8 von 10. Bonus. Von mir kriegt das hier. Bonus. Ja, hier kriegt 6 von 10. Woran habt ihr das erste Mal gedacht, als ihr das Ding gesehen habt? Ich muss da an Vikings denken. An den Knochenlosen. Ich habe hier eingestürzt, den Knochenlosen angeht. Ich würde mich nicht sagen. So, ähm. Spooky Team Leader. Achso, Bonus. Was gibt's noch? Oh Gott. Was gibt's denn dem Bonus? 5 von 10. 5 von 10. Ich geb dem 7 von 10. Jetzt kommen wir zum Waschbär. Heute habe ich irgendwie einen guten Tag. Ich war so nett da. Kommen wir zum Waschbär. Oh Gott. So. Spooky Team Leader. Also, was gibst du dem? So, also was gibst du dir selbst raus, wie so? Ich bin gleich wieder raus aus dem Herd. Ja, wüsste. Guck mal, jetzt halte ich die du in die Hand. So. Also, was gibst du dem? Na gleich. Ich geb mir gleich die Kugel. Ich bin nicht mehr an der Kamera. Da bist du. Na komm rein. Da, ich bist viel. Ich geb auf. Okay, was gibst du? Ich geb auf. 2 von 10? Oh. 2 von 10? Horror. 0 von 10? 0 von 10. Da sieht er noch, wobei er ist nicht rosa, aber dafür kotztgrün. Also, 0 von 10. Oh, ein Googly. Oh mein Gott. Googly ist doch genauso schlimm. 0 von 10? Googly ist so Katastrophe. 0 von 10. Oh mein Gott. Ja, 0 von 10. Wo war wieder entwicklung? Ich geh erstmal raus. Ich bin schon mal rein. So, dann haben wir den Icebreaker. Was ist jetzt? Der Icebreaker. Und ich bin wieder drin. Der Icebreaker, dem gebe ich 6 von 10. Ich gebe dem 8 von 10. Also, wenn euch das heutige Chaos-Video gefallen hat, würde ich mich sehr bei einem Like, einem Abo und einem Kommentar freuen. Wir drehen da gleich nochmal weiter schönes um. Und am besten spiegeln wir ihn dann auch nochmal. Das bedeutet, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Kommentar freuen. Und natürlich auch ein Abo. Die Ferien sind bald vorbei. Also, nicht de-abonnieren, bald ist er wieder weg. Also, wenn euch das heutige Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Kommentar freuen. Bis dahin auch noch rein und tschüss. Ab zum nächsten Mal.